Er war mein bester Freund und jetzt ist er tot Benefitivo Sport Prozent 321 mit den Schorkonenzen die auch genannt Lohmann Wörter Romina Server Hosting von 404 Nordfond alles klar und ich muss jetzt mein Freund rechnen der gestorben ist und hier schon einer Gegner und da und dort gestorben der Pop bei Ayanis kann und hier ist noch einer gestorben Willkommen zu Trashnight mit Kevin und Steve Ach Trashnight bei dem Spieler nicht, das ist doch geil Das ist besser als Battlefield 3 Ja fast Ich finde das Spiel macht hier wirklich mehr Spaß als Battlefield 3 hier bin ich nämlich besser obwohl ich in Battlefield 3 auch sehr gut bin eigentlich Äh wie ging nochmal Vollbild machen? Beim Einstellungen Einstellungen da äh Alter und Enter Oh ja ist schon was Alter und Enter Yay Okay sehr gut Man hat das Tastatur-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick auch gar nicht kümmert jetzt grad hier so Null Nein ich will nichts schreiben Du erinnerst mich eigentlich an ein Gemisch von German Let's Play, Sips LP, Hardy und Debitor An so ein Gemisch erinnerst du mich Aua Aua Ah ja So ein Mischmasch Ich bin Sniper Alter was weh denn jetzt? Du bist ein chemisches Experiment Ah da Zockersocke wo bist denn du? Komm ich mach dir hier Sniper-Unterstützung Ich geb dir jetzt Sniper-Unterstützung Oh da guck mal hier hoch aufm Berg links von dir Ja Leute mein Spiel ist so Nachdem mich da lieber Atme gekickt hat oder keine Ahnung was da los war geht's weiter Der Steve ist noch Verhungert irgendwo Oooooooh Grettet mich Niemals Die Mission kann ich doch mitnehmen Verursache Schaden Äh was war es mit diesen Volo-E-Points und was Äh Volo-E-Points und Silbernde und diese die man sich für ein echten Geld kaufen muss Gold Achso ja dann nämlich Volo-E-Points und dann join ich dir mal eben nach Machen Ich jointe dir nach Der Server ist leider voll deshalb haben wir dich an die Warteschlange gesetzt Dein Platz in der Warteschlange Doppelpunkt Nisch Das wars Das Wie hat Bram so schön gesagt das sind Triple-A-Titel Er ist auch Play-to-Play Free-to-Play Ja Free-to-Play genau Play-to-Free Ja Da kann man nichts festes erwarten Als trotzdem Gäle spielen Play-to-Gay FIFA 13 hat mehr Bugs FIFA 13 Wahrscheinlich mach ich mir damit jetzt 1000 Feinde aber ich hasse FIFA Ich weiß nicht ich komme darauf irgendwie nicht voll nicht klar Na aus dem Fußballspiel fällt nicht hin Na nicht wirklich Das hat ja was mit Bewegung zu tun gell Nee Spaß Dann dürfte ich's gar nicht spielen Freund wird gesucht West-Error-Join-Friend-Error-Error-Error-Error-Eins Alla ich mitte die alle nieder Die können ja gar nicht Was sind das zugegeben? Jetzt noch jetzt hat's mich aus erwartschlangen mich Ich teo Du indem ich verarschen No Was jetzt kaputt jetzt die Fehler und jetzt zeigt man dass schon mein Freund bist Was ich schon wollen Ja ich weiß aber ich kann dir nicht nachschulden und dann steht Ihr seid schon Freunde What the fuck Da habe ich den Wo kann man dieses komische T-Shirt anziehen in den bei meines Sachen ja mein Zeug erscheinungsbild kann denn dann die Ticket und Tenten aber ich jetzt all die Räser sechs in einem Leben und ich bin der Schilder auf der Höhe und Kippen der Fläche Super Angebote er hat 9.999 vor bei der Fonds alles so angebot kommt zu leisten da war es ist ja nur so komisches hier sieht aus wie sie heißen die in ägypten wie diese komischen teile Prozent no plan ich habe kein Flugzeug nur für jeden Tag so ein kleines aber auch Flugzeug muss ich auch wieder fliegen da ich nicht will ich nicht will nachdenken ist schon ein Freund meist unterschiedlich ist ihr unterstritten back in search for was freindfähig aber er ist aus dem E-Log-Punkten ich habe acht gekült und gestorben da sind schon wichtig ich bin die Installation wird überprüft Battlefield Heroes Mama warte ich habe gerade hier irgendwas mal da treten im gelesen ich hab wieder da steht Pram Soldatendaten ich sag mal Pram anstatt anstatt Pram Pram Schinze das Spiel ist leider voll, ich kann kein deutsch das geile ist, es stand gerade Soldatendaten ja ja Soldatendaten steht immer da Soldatendaten im englischen steht was anderes das Nein, jetzt habe ich wieder den falschen Charakter jetzt habe ich wieder diesen komischen Error, will ich mich verarschen? die mir auf den Sack gehen, ne? das ist hier wieder ich will den HJ-Solaten zeig ich, guck mal, die äh das Raketen-Dings geholt aber ich bin noch nicht gestorben, ich hab zwölf soll ich dir nachdenken? das Spiel ist leider voll sag mal ein Messer-Russkind ein, der vier die Zeit gehört hier, wenn ich tot bin das hoffentlich noch ein bisschen dauert jetzt habe ich schon wieder diesen komischen Fehler, ey Sound-Qualität hoch Fenstermodus, äh Vollbild Video-Qualität hoch Auflösung auch ganz hoch, würde ich mal sagen ich bin tot so, alt plus E4 und die Zeit gehört dir so Alter, ich habe jetzt ein 14-1 also 14 getötet, einmal gestorben, einmal die Flagge geholt und 2500 Punkte Boah, man kann hier die Steuerung einstellen Wahnsinn Ducken SCG Fallschirm nach rechts, bla Schießen Zielfernrohr Nachladen Ähm Ausrüstungs-Slot, bla okay So, spielst du noch? Ja Ich versuch dir mal nachzustellen Häh, ich kann dir nicht nachschauen, weil ich dann einen behinderten Fehler bekomm Alter, das gewinnt doch gar nicht Tum 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 Tum